ja ein schöner weißer tisch wir wollen nämlich was schönes präsentieren nämlich das hier eine tastatur ja sieht das mal eigentlich sehr ungewöhnlich aus auf den ersten blick aber keine sorge dass es tatsächlich eine vollwertige cherry tastatur wenn man mal ganz genau hinhört mal wird man wahrscheinlich vielleicht so raus hören die klingt nicht so wie eine stinknormale rubberdome tastatur sondern klingt wirklich so ein bisschen mechanisch tatsache diese tastatur ist mechanisch und könnt mal raten wie viel ich dafür bezahlt habe gerade mal zwölf euro inklusive versand für diese tastatur gut man muss allerdings sagen das gehäuse ist total billig total billiges plastik dann wird das ja schon ich gerade sehr wertig hält zwar das gehäuse immer zusammen wenn man noch mal genau hinguckt ein klein wenig vergilt sieht man nicht so genau in der kamera auf der rückseite ja hier ist zwar so ein aufkleber drauf aber das ist tatsächlich eine cherry tastatur noch hier sind ein paar kratzer zu sehen die waren auch schon vorher drauf etwas schmal diese tastatur übrigens mit usb anschluss sieht man ja hier und mit neueren windows tasten das sieht man daran dass die dass das windows logo eingekreist ist ja diese mechanische tastatur für 12 euro was kann die denn so ja man kann darauf tippen man kann sie anschließen man kann er dies bewundern man kann ja sich darüber glücklich schätzen dass man eine mechanische tastatur für so wenig geld ergattert hat denn wir können mal genauer in die switches reingucken hier kann man es nämlich sehr gut erkennen hier haben wir nämlich die taste rausgenommen und genau hier befindet sich nämlich der switch das ist nämlich ein sogenannter cherry mx black switch diese black switches die haben lineares tipp gefühl das geht einfach glatt durch fühlt sich halt so ein bisschen an wie in etwas weniger weiche robber domes wenn man genau hinguckt ich weiß nämlich nicht ob man das in der kamera erkennen kann sieht man ganz leichten cherry aufdruck ganz leichten cherry aufkleber ja und genau hier kann man nämlich auch die vergilbung erkennen hier sieht man das genau hier ist weißer fleck hier ist ein gelber fleck und wir setzen diese fasten kappe mal wieder ein so sehen die aus das war wieder ein ja und jetzt auch ganz gut ganz vernünftig wenn die lehrtaste die lehrtaste ist aber auch ein bisschen schwammiger vom tipp gefühl als die anderen tasten die klingen ansonsten auch ganz gut lassen sich ganz gut tippen gehen auch glatt durch nur gerade die großen die wirken so als ob da viel staub dazwischen wäre aber gerade die kleinen die fühlen sich ganz gut an aber bei diesem tastatur layout könnte man sich ja denken da könnten doch nicht alle tasten dabei sein oder falsch gedacht es sind wirklich alle tasten die man von einer normalen tastatur kennt wirklich alle da nur merkt man das nicht so genau weil das jahr viel viel enger ist ich habe mal zum vergleich eine andere cherry tastatur genommen wir haben wir nämlich zum vergleich mal eine normale cherry tastatur das ist diesmal eine robberdome tastatur eine viel ältere ohne euro zeichen und mit altem windows logo das ist nämlich ein full size keyboard hier sieht man ja die einzelnen tasten hier diesen block hier diesen steuerblock und hier den zahlenblock ansonsten hier den ganzen normalen block was kann man denn so eigentlich für unterschiede erkennen ich denke mal was bestimmt ins auge fallen wird sind erstmal die viel engeren tasten hier unten die sind hier deutlich breiter nur hier wegen dem platz sind hier halt viel viel enger darf es aber die lehrtaste die sieht denke ich mal genauso lang aus wie sonst oder hat doch ein bisschen schmaler nur ist die auch ein bisschen verrückt weil zum beispiel fängt die hier unten beim ziel beim x an und hört dann hier beim m auf ja schon beim komma ansonsten eindeutig zu erkennen hier diese tasten die sind deutlich enger geordnet dann natürlich die feile tasten diesen normalerweise hier aber hier sind die direkt unter der enter taste halt gesagt wie gesagt wegen dem platzproblem und da oben die f tasten die haben auch einen wesentlich geringeren abstand hier seht ihr schöner großer abstand zwischen escape und f1 aber hier wesentlich wesentlich kürzere abstände darum dann was wohl richtig ins auge fallen wird ist dieser block hier dieser block umfasst nämlich diesen gesamten block hier also dieser gesamte block ist zusammengefasst zu einem da wollen wir mal genau gucken was es da so gibt da haben wir zum beispiel die tasten druck rollen und pause die haben sich nämlich hier versteckt die sind jetzt nämlich untereinander angeordnet ansonsten hier einfügen entfernen position 1 ende bild hoch bild runter sind alles gewohnt positioniert nur normalerweise wird man die hier vorfinden jetzt sind die diesmal hier ansonsten jeder zahlen block hier könnte man schon sehen die null ist normalerweise bereiter hier ist die nur einzeilig damals kommen enter ist normal groß selbst das plus haben die hier kleiner gemacht das plus ist jetzt auch nur eine zeile lang das minus normal eine zeile aber jetzt nehmen der neuen in der reihe und das ist dann auch so wie gewohnt hier also eigentlich ist alles hier drauf bloß halt ein bisschen neu positioniert damit das halt auch auf schmaleren tischen passt hat auch eigentlich auch schon so seine vorteile was das genau hier sein soll dass hier oben da war ich mir noch nicht so ganz sicher was man da machen kann ansonsten hat diese tastatur natürlich auch wie sollte es anders sein natürlich ausklappbare füße so lassen die sich aufklappen und dann wird die tastatur ein klein wenig angewinkelt kann man ja hier sehen man kann man viel besser darauf tippen das geht zum beispiel ganz hervorragend ja das ist hier eine schöne kleine cherry tastatur und ich habe mich auch gewundert für 12 euro kann mal eine mechanische tastatur auch wenn man da bei dem layout ein paar bedenken haben könnte dass man sich da ein bisschen ungewöhnen muss aber wenn man normal texte schreiben möchte steht einem nichts im weg ansonsten entfernen müsste man sich ein bisschen ungewöhnen aber wenn man normal texte schreiben möchte ohne irgendwas zu bearbeiten das ganze ding ist ja normal groß sieht man ja auch hier alles hat seine gewohnten plätze man könnte da auch schön blind drauf tippen nur halt mit diesem blog hier müsste man sich ein bisschen anfreunden weil das ja das ein bisschen merkwürdig angeordnet ist zwei tasten vielleicht auch eventuell ansonsten für 12 euro eine ganz vernünftige tastatur auch wenn sie nicht hochwertig verarbeitet ist ich denke mal das ist bestimmt so eine cherry tastatur aus der tschechischen republik und nicht aus deutschland und damit ich einfach mal sagen das war es mit der tastatur präsentation dieser günstigen cherry tastatur vielleicht existiert das angebot noch dann könnt ihr euch die selber mal kaufen wie gesagt acht euro plus vier euro versand kriegte müsst ihr dafür nur bezahlen gibt auch sogar eine schwarze variante die kostet ein bisschen mehr ich glaube sogar 14 euro und müsst ihr insgesamt 18 euro dafür blechen aber auch noch ein ganz vernünftiger preis dafür dass es eine mechanische tastatur ist ja da würde ich mal sagen wir schalten wir rüber zum tipptest und dann bis zum nächsten video euer kepo bis zum nächsten video bis zum nächsten video Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020